... Hallo, ich bin Emily Fairwege. Ich bin Hannah Shermer. Ich bin Sophia Galzoni und heute daten wir in California King Facts sind. So how come when I reach on my fingers, if there's a more than distance between us, baby, I've been California dreamin'. I've been California wishing I'm their star for your heart, for me. Als Gruppe zusammen gefällt es mir ganz gut. Die einzelnen Stimmen, vielleicht andere, sind jetzt auch ein bisschen aufgeregt gewesen. Die Schüchter hat viel Luft gekommen, ein paar Stimmen. Aber du kommst einfach bei der Kamera super rüber. Also ich bin Lucrezia Vaniato. Ich heiße Joris Caterina. Also man sieht hier das nicht zum ersten Mal heute, gell? Also absolut top von der Körperspannung her, absolut top von der Beweglichkeit, von dem Fuß bis zum Kopf. Schaut ganz professionell aus. Weil dann wären wir eigentlich überglücklich, euch in der Truppe Li dann auch zu haben. Ja! 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 Ich bin die Joris Crona. Ich bin die Joris Caterina. In this California Kingville, we're a ten thousand miles apart. Ich bin die Joris Caterina. 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 Also mir hat es gut gefallen. Ein bisschen Glänsehaut-Feeling war dabei. Ein paar Refrain, die Intonation sind mir auch richtig eingestiegen, aber Respekt vor der Leistung. Schaut euch die Serien auch manchmal an, denke ich, wie sie das kennt. Die Zeit spielt quasi viel besser für sich. Aha. Aber okay. Wir werden auf alle Fälle an euch denken, wenn wir dann die Rollen zusammenstellen. Die Bewegung vorher hat ein bisschen gefehlt, gell? Du musst den Mund aufmachen. Wenn man dazwischen den Zähnen bleibt, dann einfach nichts gehört. Was die Aufhörer so glaubt, das ist heute noch nicht so wichtig. Wenn es ernst wird, dann mache ich es besser. Jetzt schauen wir, was es dann wird. Was werdet ihr dann erfahren? Aber wahrscheinlich etwas wird sich gewährt. Grundsätzlich mehr Raum. Ja, auch laut beim Singen mehr Kraft. Ich bin hier, weil ich gerne auch mal aufgenommen werden will vor der Kamera. Ich schaue halt nie manchmal mit meiner Schwester und dann kommt das halt jetzt. Und dann denke ich mir, ja, ich könnte das ja machen. Wie die Welt leuchtet, wenn ich dich sehe. Hey, hey, Vicky. Die Wikinger sind hart am Winde dran. Es gehört nichts über die Gemütlichkeit. Ah ja. Ah so. Ja, wir führen uns lustig ist das Zigarrenleben vor. Und zwar die erste Strophe und uns begleitet die Lehrerin Heidi auf dem Klavier. Auf dem Kreis nachher zieht's zu gehen. Super. Ich rappe so doll und ich bin gut drauf. Und beim Rappen habe ich immer meine Mütze auf. Was tanzt du denn? Zum Lied, das heißt, wie die Welt leuchtet. Ha, wir wissen das Lied. Weiß ich nicht. Wie alles leuchtet, die Welt bleibt stehen. Und ich singe heute etwas. In den Herzen kalte Bilder, keiner kann Gedanken lesen, das Klima wird milder. In meinem Kopf ist so viel Mut, gestern Nacht könnt' ich nicht schlafen, dass du da warst, tat mir gut. He took the midnight train going anywhere, don't stop believin', city, city, my rain in a cat. Wir wollen singen und das Glee-Casting gewinnen. Dann bin ich super drauf und ich fliege, 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 bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß. Hi! Wut, 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 wut! Wut, 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 wut! Wut, 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 wut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017